Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu Killing Floor 2 eine weitere Folge. Neues Glück. Neues Spiel. Neues Glück. So bestätigen wir das schon mal alles. Können wir noch ausrüsten. Körper Sonnenbrille, Schal. Können wir so einen Helm nehmen? Ne, können wir nicht mehr. Doch können wir. Sieht ja richtig scheiße aus. Nehmen wir das mal einen blauen. So, Kopf. Da haben wir noch nicht so viel. Sieht eigentlich scheiße aus. Okay, gut. Mein Levelstand ist schon sehr gut. Also gleich das erste Level erreicht. Ich hoffe noch in dieser Runde. Mal sehen. Warte auf Spieler. Noch eine Minute. Ich packe mich jetzt. Let's go. So. Vielen Dank. Ach ja, und so viel Unterschied zum Killing Floor 1 hat das Spiel auch nicht. Es sind meistens schon die gleichen Zombies anwesend. Sie haben ein paar Veränderungen gemacht an Zombies. Das Spiel Design hat sich etwas verändert. Und es gibt neue Maps. Und die Maps finde ich sehr, sehr schön eigentlich gemacht. Komm schon, Zedz. Nichts schütteln, ist mir schüttelig. Heads up! Reloading! I don't know how to get out of here. Now finish the job. Allé! I don't know. I'm going to get out of here. 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 Okay, now it's hard. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. Oh shit. Ben! Now you go! Nearly burned all my ammo! Noch zwei Stück. Noch eine. Noch eine. So, was können wir uns denn schon leisten? Nicht viel. Nennen wir uns auf jeden Fall mal diese Pistole. Ein paar Granaten. Hier fällt Munition. Hier fällt Munition. So, wir werden fertig. So, wir werden noch nicht schoffen. So, wir werden noch nicht schoffen. So, wir werden noch nicht schoffen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nachts ist gerötet. Keep it up. When you're done, I can reopen the trader pod. I need more cash. What's new, Anna? Good job! Oh, I know. Oh, come see me. The pod's safely open. Nicely done. Glad you made it back. Don't bleed on anything. I'm stupid for a demon on the show. Go film, go film, go film. All this killing and I'm steel punk. Maybe we'll search the Zeds, see if they got any money, huh? Stay sharp, I'm reloading. There are Zeds on the scope. Must close the pod very soon. Ammo's good to go. Back in one piece. Oh, nice. So, the third window. The third wall. How's everyone for ammo? Stop them. Hey, you nigger. Ceiling's the doorway. Alright. It's bullet time. Where's your gun? Wow. Was ist das? Schüt, 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 schüt! Ich bin hier! Sie hat jemand da auf mich! Oh, nein! Meine Ehrs! Excellent! Das sind alle. Witz, witz, witz! Was ist das? Was ist das? Gums out, nein, hm? Witz! 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 Das war der letzte Punkt. 1, get to the indicated part for resupply. Nice. I should have brought my camera. Who captures this place? Bonjour. Come and get your tools of trade. Enough chatter. Stay on mission. We can buy this one here. The flamethrower. No, that's not a flamethrower. But also something similar. We can't buy this one. We can't buy this one. I need this one, but we don't have that one. Let's take the trash now. Why did we ever leave our caves? Oh, we can't buy this one. I'm about to shut the pod. Lovely and jubbly. Time's up. Go kill some Zeds. A broken day for a broken world. Wonder if we can fix it. Get off it! Why? Get off now! You know what? See you, Swimmer. Come around, let's attack himself! You can run for killer attacks into a storm. Heads up, aggrimper. Get off now from the fall! That's an object behind such demon land. Wir brauchen eine andere Seite. Good start! Now finish the job! Allez! Wir brauchen eine andere Seite! Und so? Das ist ein Motto, das ist ein Tutorial. Das ist der letzte Geliebner. Der in der Höhle ist auch schwierig oder im Bunker, das soll sein soll. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und kommentieren, abonnieren, nicht vergessen und ciao. Ja meine Freunde, jetzt kommen wir aber wieder zum Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben, kommentieren und abonnieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Video.